Und wir schauen jetzt nicht mehr nach Schleswig-Holstein, das tun die Kollegen nachher, sondern wir schauen jetzt nach Nordrhein-Westfalen. Und in dieser Woche haben wir und auch in der nächsten Woche die Spitzenkandidaten der Parteien zum Gespräch. Und ich freue mich jetzt mit Markus Prezell sprechen zu können, NRW-Parteivorsitzende und Spitzenkandidat der AfD. Guten Tag nach Düsseldorf. Guten Morgen. Es sieht so aus, die letzten Umfragen zeigen Ihre Partei in Nordrhein-Westfalen bei 8%. Sind Sie zufrieden? Ja, wir sind zumindest ganz stabil drin. Wir können uns dem Bundestrend der AfD, dem kurzfristigen Trend nicht ganz entziehen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir sind jetzt in Nordrhein-Westfalen auf Bundesniveau der Partei. Das war nicht immer so. Insofern muss man damit zumindest, was die Umfragen betrifft, derzeit zufrieden sein. Jetzt warten wir mal den Wahlabend am 14. Mai ab. Vielleicht wird es ja doch noch ein bisschen besser. Das warten wir natürlich gemeinsam ab. Bundestrend ist ja bei Ihnen auch, dass Sie Fundamentalopposition machen wollen. Freuen Sie sich schon drauf? Ja, das wissen Sie vermutlich, dass das nicht ganz stimmt. Denn wir haben auf dem Bundesparteitag genau diese Frage ja nicht geklärt, sondern wir haben die Klärung auf einem Parteitag nach der Bundestagswahl lediglich vertagt. Insofern ist Ihre Aussage nicht zutreffend. Aber ich denke, das wussten Sie. Aber Sie wissen auch, wie ich es meine. Dann können Sie das ja dem Wähler auch so sagen. Denn da sitzen ja jetzt einige von den Apparaten und hören sich von Ihnen an, was Sie da sagen. Und wie gesagt, das stimmt eben so nicht. Und insbesondere stimmt es eben nicht für Nordrhein-Westfalen. Nein, das habe ich auch mehrfach gesagt. Bin leider bei Ihnen da auch falsch zitiert worden in Ihren Meldungen, die Sie danach rausgegeben haben als Phoenix. Ich hatte damals gesagt, wir haben eine Entscheidung in Nordrhein-Westfalen getroffen, die eine klare bürgerliche, realpolitische Option für Nordrhein-Westfalen eröffnet. Und das steht am 14. Mai in Nordrhein-Westfalen zur Wahl. Ja, aber Koalitionspartner haben Sie da trotzdem nicht zur Verfügung. Die sagen ja alle, nee, mit der AfD nicht. Das stimmt. Das ist richtig. Da sind sich alle einig. Das ist auch soweit in Ordnung. Ich denke, dass es der AfD zunächst gut ansteht, hier auch fünf Jahre ordentliche Opposition zu machen. Vielleicht auch das parlamentarische Handwerk im Detail am Ende zu lernen. Ich glaube, so viel Zeit sollten wir uns nehmen und erst 2022 dafür antreten. Wobei man vielleicht auch sagen muss, was da zu Koalitionsabsichten geäußert wird vor der Wahl, das kennt man ja auch aus anderen Ländern. Ich erinnere daran, dass die FDP zum Beispiel in Rheinland-Pfalz damals gesagt hat, mit Rot-Grün gar keinesfalls, wir wollen Rot-Grün abwählen. Jetzt befindet man sich in einer Ampelkoalition. Nun, dasselbe könnte in Nordrhein-Westfalen möglicherweise auch blühen, völlig unabhängig von dem, was hier zu Koalitionen bislang geäußert worden ist. Mit welchen Themen gehen Sie denn in Nordrhein-Westfalen voran, wo Sie glauben, dass die vielleicht auch irgendwie zusammenpassen mit den anderen Parteien? Naja, wir gehen voran mit dem Thema Bildung zum Beispiel. Da geht es um die Umstellung von G8 auf G9, so wie das jetzt zum Beispiel in Bayern beschlossen ist. Da sehen wir Bewegungen bei der CDU und bei der FDP, die das ja ursprünglich alles hier in Nordrhein-Westfalen mit eingeführt haben, die jetzt aber auch feststellen, dass es so eben eigentlich nicht weitergeht. Da wird langsam signalisiert, dass man feststellt, dass es ein Irrweg ist. Man ist noch nicht so ganz, hat sich noch nicht ganz dazu entschließen können, hier tatsächlich konsequenten Rückkehr zu G9 mitzutragen. Dasselbe gilt für die Kritik an der Inklusion, die Hals über Kopf hier eingeführt worden ist, ohne dass die notwendigen Voraussetzungen an den Schulen dafür vorliegen, weil eben die Lehrerausbildung darauf nicht abgestimmt ist und jetzt erst Lehrer eigentlich in entsprechender Form darauf ausgebildet werden müssen. Das heißt, es ist ein Projekt, das dauert 10 bis 15 Jahre, bevor wir hier davon ausgehen können, dass wir das entsprechende Lehrpersonal haben. Die Schulen müssen auch baulich zum Teil darauf vorbereitet werden und strukturell. Das sind alles Dinge, die von CDU und FDP langsam auch erkannt werden, dass es dort Fehlentwicklungen gibt, wo man sich aber noch etwas dagegen wehrt, konsequent den Weg zurück anzutreten. Da haben wir so gleiche Blickrichtungen oder zumindest ähnliche Blickrichtungen beim Thema Sicherheit und Flüchtlinge wird es dann schon ein bisschen anders, oder? Beim Thema Sicherheit haben wir genau dasselbe. Herr Laschet betreibt ja hier einen Wahlkampf, in dem er so tut. Als sei er der Garant für die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen zukünftig. Vielleicht empfiehlt er sich jetzt schon als Innenminister unter Frau Kraft. Er blendet allerdings völlig aus. Es gibt ja zum Teil Wahlplakate der CDU, die also betonen, dass Asylchaos und die offenen Grenzen, das sei mit der CDU alles nicht zu machen. Er blendet allerdings völlig aus, dass gerade er derjenige war, der Angela Merkel, parteiintern als einer der wesentlichen Unterstützer auf ihrem Kurs der großen Grenzöffnung 2015, ja auch zu unterstützen. Und stellt dabei fest, dass dann Rot-Grün letztlich das ausbaden muss in Nordrhein-Westfalen, das auf Bundesebene gerade durch die CDU mit angestoßen ist. Insofern berechtigte Kritik, insbesondere an Innenminister Jäger von der CDU, aber eben unter Auslassung der Mitverantwortung, die man auf Bundesebene dabei trägt. Ich wollte es natürlich auch gerne wissen, wie Sie dazu stehen und wie Sie zum Beispiel zu Flüchtlingen stehen aus den Maghreb-Staaten und dergleichen. Wie ist es bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen? Was sagen Sie von Ihrer Partei aus? Ja, wenn wir über Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten sprechen, dann ist eigentlich schon die Begrifflichkeit an sich ein Problem. Es ist auch so, dass gerade in den Maghreb-Staaten wir sichere Staaten haben. Das sind sichere Herkunftsländer. Und es gibt eine ganze Reihe von Deutschen, die da jedes Jahr ihren Urlaub machen, in Tunesien, in Marokko oder sonst wo. Und dass diese Menschen als Flüchtlinge betitelt werden, ist für sich genommen schon ein Problem. Da sollten Sie auch in den Medien beginnen, die korrekt zu bezeichnen. Es handelt sich hier um Wirtschaftsmigranten. In diesem Zusammenhang, hängt Ihnen Ihre Aussage in Sachen Notfallschießen auf Flüchtlinge, wenn sie illegal über die Grenze kommen, noch nach? Das habe ich so nicht gesagt. Da sollten Sie mich korrekt zitieren. Ich bin gefragt worden, was man denn tun könne. Und ob man notfalls schießen müsse. Und da habe ich gesagt, der Einsatz der Schusswaffe ist grundsätzlich die Ultima Ratio. Deswegen trägt die Polizei zum Schutz, zum Eigenschutz und zur Durchsetzung des Rechtsstaates auch Waffen. Das ist so. Ich habe mitnichten jemals gefordert, auf Flüchtlinge zu schießen. Das wäre Wahnsinn. Darum geht es nicht. Es ist auf die Frage lediglich nach dem Schusswaffeneinsatz von mir gesagt worden, dass das grundsätzlich die Ultima Ratio ist. Im Übrigen hat man Ähnliches aus der CDU und von den Grünen auch schon gehört. Das ist dann nur kein Skandal, sondern wird ganz gerne vergessen. Wir lassen an dieser Stelle mal den Punkt. Und ich danke sehr herzlich für dieses Gespräch. Markus Pretzell von der AfD. Vielen Dank.